Beim Retreat hat mir die Location sehr gut gefallen. Das Programm von der Sabine, die inspirierende Art, wie sie liebevoll die Dinge umsetzt im Qigong. Entspannend, auch mit den anderen Frauen zusammen. Sabine hat es sehr toll angeleitet. Die Umgebung ist total nett hier in den Häusern. Stunde für Stunde spürt bei den ganzen Übungen, wie einfach deine Energie, deine Lebensenergie wieder aufgefüllt wird und wächst. Die Location ist richtig super prädestiniert für solche Retreats. Sie ist eingebettet in die Natur, schöner Blick auf das Tal. Diese Strände, die liebe ich sehr, weil das ist einfach toll am Meer zu sein, diese gute Luft zu haben. Das ist einfach wunderschön. Das tut das Ganze einfach wundervoll abrunden. Ja, die Sabine hat sehr viel Erfahrung. Sie bringt es sehr verständlich über und geht auf die Teilnehmer sehr individuell ein. Die Sabine ist eine ganz liebe Person, die eine tolle Ausstrahlung hat, die unheimlich gut ihr Wissen weitergeben kann. Ja, ich bin total glücklich, dass ich sie kennengelernt habe. Sabine ist ein wundervoller Mensch, sehr, sehr hilfsbereit, kann sich wirklich so wundervoll in Menschen reinfühlen und egal, was ein Mensch gerade mitbringt oder was er gerade braucht, die spürt das und ist so unterstützend. Die Sabine macht Qigong mit Liebe und Leidenschaft. Also Qigong am Strand oder auf den Klippen ist einfach ein wunderbares Erlebnis, weil durch das Meer kriegt man den Kopf klar, man kann das Ski aufnehmen. Und schon nach zwei, drei Tagen spürt man die positiven Auswirkungen. Das genieße ich wirklich mit vollen Zügen, weil das für mich einfach pure Heilung ist. Also warum ich hier bin? Ich habe mich ausgelaugt und kraftlos gefühlt. Seit einem halben Jahr leide ich unter Kopfschmerzen, sehr starke Migräneanfälle, Mitterbrechen und war kraftlos. Und deswegen habe ich gedacht, ich muss jetzt mal ausbrechen aus dem Alltag. Ich muss etwas für mich machen und das ist der richtige Ort. Es hat mir sehr, sehr gut getan. Ich fühle mich geerdet, ich fühle mich jetzt in meiner Kraft. Ich fand es wunderschön. Ja, gesundheitlich geht es mir jetzt besser nach dem Retreat. Meine Haut ist besser geworden, mein Magen ist besser geworden. Und ja, die Atmosphäre und alles, was Sabine anbietet, ist einfach fürs Herz und für die Gesundheit wunderbar. Ich bin zu Sabine schon letztes Jahr in einem Retreat gewesen. Ich hatte starke gesundheitliche Probleme, weil mir ein großer Teil von Dünndarm fehlt und auch einen Darmverschluss hatte. Und ich war extremst erschöpft. Also ich hatte absolut gar keine Lebensenergie mehr. Durch den Qigong-Retreat bei der Sabine letztes Jahr habe ich tolle Sachen erlebt, wie nach einer langen Fastenkur oder einer Darmreinigungskur, wo einfach die Lebensenergie wieder richtig geflossen ist und man sich wieder voller Lebensfreude und einfach auch wieder gesund gefühlt hat. Die Neugier. Die Neugier, was macht sie da wirklich? Und ich bin begeistert. Ich möchte es auch in meinem Alltag einbauen und muss sagen, gesundheitlich können wir alle nur davon profitieren. Und das ist wichtig in der heutigen Zeit.